hallo liebe zuschauer herzlich willkommen auf meinem kanal heute haben wir lust auf eine gurken kaltschale und wenn sie lust haben dann bleiben sie dran für die gurken kaltschale bräuchten wir natürlich gurken hier habe ich zwei landgurken geraspelt dann bräuchten wir kleinen bohnen dill und kleinen bohnen schnittlauch eine knoblauchzehe die haben wir schon gerieben dann bräuchten wir 50 milliliter naturjoghurt 500 milliliter buttermilch bisschen salz und zutronsaft zum abschmecken und etwas olivenöl ich werde jetzt buttermilch mit naturjoghurt verrühren die hälfte von geraspelten gurken kommt auch hier rein das ist ja so dann machen wir noch knoblauchzehe und pürieren das ganze das füllen wir jetzt in einer schale um machen restliche burken rein da kommen jetzt noch schnittlauch und die lehrer ein so dann noch ein bisschen so sieht unsere kaltschale aus perfekt für heiße sommertage guten appetit ich freue mich sehr dass sie mich heute besucht haben wünsche ihnen und ihren liebsten alles gute bleiben sie gesund und bis zum nächsten mal euer irina